Hey, ihr seid ja auch da. Klasse und somit gehört ihr ja zu den ersten, die Teile meiner neuen Single Wie halt ich einen Engel mitbekommen. Ich hoffe, ihr seid genauso heiß auf das Ding wie ich und ich hoffe, ihr seid genauso heiß aufs Abtanzen. Wie halt ich einen Engel. Ich hoffe, ihr seid ja auch da.